Es gibt unzählige Debatten. Square und Idee finden für uns die aktuellsten. Das wird schon werden. Hast du welche? Ganz bestimmt nicht. Schmerzmittel sind nicht ohne. Wer die einwirft und es dann nicht besser wird, muss zu stärkeren Mitteln greifen. Du solltest den Ursprung deiner Schmerzen herausfinden. Chronische Schmerzen sind ernst zu nehmen. Das war sicher nur eine falsche Bewegung. Ich nehme eine Tablette. Wir haben echt Glück, denn wir haben Medikamente zur Verfügung. In Afrika sterben Menschen an Krebs und Aids unter entsetzlichen Schmerzen, weil es kein Morthium gibt. Sie sterben aber auch nicht an einer Überdosis. In den USA sterben Leute an Schmerzmitteln, weil sie süchtig danach sind. Wie Michael Jackson, Prince oder Carrie Fisher, Prinzessin Leia. Ich spreche nicht über Filmstars, sondern über Politik. Wie ungerecht die medizinische Versorgung in der Welt verteilt ist. Da ich sowieso nicht weitermachen kann... Tut's noch weh? Weniger. Aber in spätestens 20 Minuten werden die Tabletten wirken. Inzwischen? Schau mal. Okay. Also auf zur Debatte. Heute bei uns zu Gast Emanuel Kabengele Mpinga, Professor für Gesundheit und Menschenrechte an der Universität Genf, Verfasser von Texten über politische Gewalt und Gesundheit. Und Fabrice Lorrain, Psychiater am Universitätskrankenhaus Montpellier, Schmerzexperte, Historiker und Autor. Schmerz ist eine Art Wächter des Lebens. Es ist Paradox, aber es gibt Menschen, die ohne Schmerzempfinden geboren werden. Sie sind genetisch so veranlagt. Ich glaube, sie sind vom Stamm der Kuresh in Pakistan. Es existiert ein Genomtyp, der Schmerz unempfindlich macht. Die Lebenserwartung ist jedoch sehr kurz. Diese Leute sterben sehr jung, weil sie vielleicht an einer Zahnentzündung erkranken, diese nicht spüren, die Infektion jedoch zu einer Blutvergiftung führt. Daher sage ich, dass Schmerz unser Leben hütet, auch wenn er Todesangst verursachen kann. Aber an der Angst vor dem Tod stirbt keiner. Wer allerdings keine Schmerzen spürt, stirbt auf jeden Fall früher. Schmerz ist ein fester Bestandteil des menschlichen Daseins. Dank ihm erkennen wir Gefahren für unsere Gesundheit. Wir stehen einem Phänomen gegenüber, das sich die Krankheit des sozialen Körpers nennt. Es ist nicht mehr nur der Körper einer Person, der dauerhaft Schmerzen empfindet. Die Gesellschaft leidet als Ganzes. Deshalb ist die Schmerztherapie auch so wichtig. Insbesondere in der Vorbeugung. Akute Schmerzen können kurzfristig behandelt werden. Sehr kurzfristig, das heißt auch erfolgreich. Wer an einer Sehnenentzündung erkrankt, muss nicht leiden. Nach spätestens vier Wochen ist man wieder voll einsatzfähig. Wer jedoch am ganzen Körper Schmerzen empfindet, was als Total Pain bezeichnet wird und die Diagnose erheblich erschwert und verlängert, bis hin zu drei Monaten, der leidet dann unter chronischen Schmerzen. Ich bin nach 30 Jahren immer noch überrascht, wenn ich, wie heute Morgen im Krankenhaus, Patienten mit chronischen Schmerzen treffe, die zum Beispiel an Fibromyalgie leiden, eine der aktuell bekanntesten chronischen Erkrankungen im Schmerzbereich. Viele dieser Patienten wurden bereits in frühester Kindheit körperlich und seelisch misshandelt, vernachlässigt oder sexuell missbraucht. Misshandlungen, die dazu geführt haben, dass sie an Strukturmangel leiden. Sie entwickeln daher vor allem Emotionen wie Wut oder Schmerz. Wenn chronische Schmerzen nur durch schmerzstillende Mittel behandelt werden, ohne dass versucht wird, die gesamte psychologische und psychodynamische Bandbreite des Schmerzes zu verstehen, werden nur Symptome behandelt. Das ist in erster Linie auch notwendig, aber anschließend muss auch nach Ursprüngen gesucht werden, dass Probleme in seiner Ganzheit erforscht werden. Ansonsten wird sich das Symptom woanders ansiedeln. Der Schmerz wird zwar beseitigt, aber Schmerz ist ein funktionelles Symptom und wird anderswo wieder auftauchen. Schmerzpatienten müssen behandelt werden. Dafür sind Schmerzmittel notwendig, meist in geringen Mengen. Die Behandlungen verursachen Kosten. Medikamente in sehr hohen Konzentrationen können für langfristige Therapien eingesetzt werden. Diese Behandlungen stehen im weltweiten Vergleich natürlich nicht immer oder überall zur Verfügung. Morphin zum Beispiel. Die größten Verbraucher von Morphium sind Länder wie Australien. Auch die USA und europäische Länder haben einen hohen Morphinkonsum. In Afrika hingegen können jedoch nur knapp 4% des Morphinbedarfs gedeckt werden. Natürlich ist es notwendig, die Schmerzen von Krebspatienten zu lindern. Natürlich müssen Geburtsschmerzen bekämpft werden, wenn sie zu stark sind. Aber es gibt Fälle, in denen Schmerzmittel verordnet werden, die die Patienten konsumieren, ohne wirklich den Bedarf zu haben. Bei chronischen Schmerzen hilft, ganz ehrlich gesagt, keine Therapie. In unseren Studien helfen sie in 30, 40% der Fälle, also so viel wie Placebos. Wenn ich sehe, wie Schmerzpatienten mit Opioiden behandelt werden, denke ich, dass diese besser einem Krebspatienten mit Metastasen verabreicht werden sollten. Die Verschreibung von diesen Wirkstoffen ist oft unangemessen. Mit meinen Studenten habe ich Untersuchungen angestellt. Als Grundlage diente uns die Studie, die Marco Musi im Aostatal gemacht hatte. In dieser Region existierten Mythen. Das heißt, stark verwurzelte Überzeugungen. Die Frage, die ich stelle, ist, an was denken Sie, wenn Sie Morphium hören? Nicht nur an Schmerz, sondern auch an Drogen. Morphine ist eine Droge und das bedeutet Tod. Morphine auf Französisch bedeutet feiner Tod. Wie alle Drogen führt Morphium zur Abhängigkeit. Wer damit anfängt, kann nicht mehr aufhören. Schmerzlinderung ist da nur ein kleines Kapitel. Es gibt eine ganze Reihe von Klischees, sowohl in der Bevölkerung als auch im Gesundheitswesen. Wichtig ist, dass die Frage auf politischer Ebene gestellt wird. Damit man sich Gedanken darüber macht, wie sie sich entwickelt. Diese Frage muss zentral in der Bildung und Fortbildung gestellt werden. In der Forschung, in der Forschungsfinanzierung. Wenn wir uns nicht politisch mit dieser Frage auseinandersetzen, daran arbeiten und versuchen, Antworten zu finden, dann werden bestimmte Mythen auch in Zukunft überleben und Auswirkungen auf die Schmerztherapie haben. Ein Viertel der Patienten, die im Antischmerzzentrum in Montpellier stationär behandelt werden, sind auf Entzug von Opioiden. Sie sind Vollzeit auf Entziehungskur. Ich denke, da haben wir die Spitze erreicht. Und gerade im Zusammenhang mit Opioiden wollen neue Patienten bei ihrer Einweisung seltsamerweise auf Medikamente ganz verzichten. Sie wollen einen völligen Entzug. Sie wollen Therapien ohne Medikamente. Denn die besten Schmerzmittel befinden sich in unserem Gehirn. Die allerbesten. Die nennen sich endogene Opioide. Sie sind maßgeschneidert. Wenn ich den Pyongyang-Marathon laufe, werde ich Morphine ausschütten, die meine Schmerzen unterdrücken. Das heißt, wir können den Selbstheilungsprozess des Patienten fördern. Wir können körpereigene Opioide stimulieren, individuelle Lösungen finden, vor allem in der Bewegung. 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung kennen die Sumerer bereits Opium und dessen Wirkung. Opium enthält mehr als 30 unterschiedliche Alkaloide wie Morphium oder Kodein und wird zu einer psychotropen Substanz aufbereitet. Bei den Griechen wird mit Opium gehandelt und vor Missbrauch gewarnt. 1847 in Edinburgh führt Dr. Young Simpson die erste Entbindung unter Narkose durch. Im Alten Testament steht, du sollst mit Schmerzen gebären. Der Arzt berief sich auf eine andere Stelle in der Bibel. Gott ließ Adam in einen tiefen Schlaf fallen, entnahm ihm eine Rippe und erschuf daraus Eva. Gott war demnach der erste Anästhesist. Bis in die 1980er wurden Babys, die als Schmerz unempfindlich galten, ohne Narkose operiert. Seitdem kämpfen Institutionen und Organisationen dafür, dass Schmerzlinderung als Menschenrecht anerkannt wird. Doch die zunehmende Abhängigkeit von Schmerzmitteln in manchen Industrieländern erschwert die Debatte. Bei uns würde man sagen, ein Mann weint nicht vor seiner Frau, selbst wenn er Schmerzen hat. Wenn eine Portugiesin, eine Algerierin oder eine Marokkanerin oder Griechin sagt, dass sie Schmerzen hat, wird man entgegenhalten, das ist das Mittelmeersyndrom. Sie reagieren zu schnell und können ihre Emotionen nicht verbergen. Es gibt eine ganze Reihe von Klischees, was das tatsächliche Schmerzempfinden betrifft und auch, wie darauf reagiert wird. Bestimmte Bevölkerungsgruppen werden daher nachlässig behandelt. Wie sollen Politiker den Schmerz zu einem prioritären Anliegen machen? Das ist nicht in ihrer Kultur verankert. Wenn wir Beziehungen zu anderen aufbauen, wenn wir mit anderen kommunizieren oder den sozialen Kontakt oder Freundschaften stärken möchten, verläuft das auch über Schmerz oder das sich Beklagen. Sich zu beklagen ist eine Form der Beziehung zu anderen. Ich sage oft zu meinen Kollegen in der Algologie, dem Schmerzmanagement, wir haben Patienten, die sich beklagen und wir Ärzte reagieren sofort mit einem Rezept. Ich gehe da jetzt anders vor. Wer sich beklagt, hat eine Bitte, dass ich mir seine Klage anhöre, die Klage über sein Leid, die Klage über den Schmerz. Mehr will er vermutlich gar nicht. Er behält den Schmerz, weil er ihn letztlich mag. Aber er möchte, dass man seine Klagen anhört. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Ich übersetze Ihnen das jetzt wortwörtlich. Die Sama bedeutet Krankheit. Mukueba, das sind die Anderen. Die Shia bedeutet das Andere Ufer. Mayi ist der Fluss. Es bedeutet, dass man die Schmerzen einer anderen Person nicht empfinden kann. Die eigentliche Botschaft dieses Sprichwortes ist, wenn Sie nicht selbst erleben können, was der Andere erlebt, können Sie auch die Auswirkungen nicht verstehen. Man muss also versuchen, den Schmerz des Anderen verstehen zu lernen, sich diesen Schmerz anzueignen für ein besseres Leben in der Gesellschaft. Das Gefühl der Empathie ist direkt mit dem Schmerzempfinden verbunden. Das ist unglaublich. Warum ist es bei uns Menschen so? Das weiß man nicht. Wir sind Säugetiere. Soziale Bindungen sind für uns grundlegend. Daher funktionieren Empathie und Schmerz auch zusammen. Wenn man jemanden leiden sieht, ruft das sofort Empathie hervor. Chronische Schmerzen sind mit Arbeitsunfähigkeit verbunden. Sie können bis zur Arbeitslosigkeit führen, zu gesellschaftlichen Stigmatisierungen und Diskriminierung. Man hört schnell, der oder die beklagt sich ständig, ich will mir das nicht mehr anhören. Und schon ist die Person ausgegrenzt. Eine Person, die so etwas erlebt, die diskriminiert wird, ausgegrenzt. Sie wird Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein bekommen. Und das kann zu anderen Erkrankungen führen oder zu Suizidgedanken. Das mit der Empathie stimmt. Bei Katastrophen versetzt man sich in die Lage der Angehörigen. Man möchte den Schmerz der Leute teilen. Wenn man unter Schock steht, ja. Oder bei akuten Schmerzen, da will man helfen. Aber Leute, die sich ständig beklagen, gehen auf die Nerven. Uns interessiert auch nicht, was weit weg von uns passiert. Wie lange beschäftigen uns getötete Kinder in Syrien oder im Irak? Der weltweite Vergleich in Bezug auf die Verabreichung von Schmerzmitteln ist tragisch. Tragisch, weil man dunkle Zonen sieht. In Afrika beispielsweise, aber auch in muslimischen Ländern wird Schmerz nicht ausreichend behandelt. Und dann gibt es wiederum Zonen mit satten Farben, in denen der Schmerz gut beziehungsweise zu gut behandelt wird. Schmerzen werden im weltweiten Vergleich ungerecht behandelt. Nicht jeder hat einen gleichberechtigten Zugang zu Schmerzmitteln. Dieser Mangel an Gleichberechtigung, was die Behandlung von Schmerzen betrifft, insbesondere in armen Ländern, bezeichnen wir sie mal so, auch wenn ich mit diesem Begriff nicht einverstanden bin. Also die meisten dieser Staaten haben eine Konvention unterzeichnet. Den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Diese Staaten sind dadurch verpflichtet, alle Patienten zu behandeln und deren Schmerzen zu lindern. Was wir aber beobachten ist, dass nicht alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu Schmerztherapien haben. Denn viele Regierungen sagen, dass sie für Investitionen im Gesundheitswesen schlichtweg kein Geld haben. Ich habe immer gesagt, das stimmt nicht und habe es auch bewiesen. Man muss sich nur mal anschauen, in welchen Bereichen die Prioritäten dieser Staaten liegen. Sie stecken das Geld in die Sicherheitsdienste, in die Mittel ihrer Unterdrückung. Sicherheit natürlich für die, die an der Macht sind. Die Situation hat sich inzwischen vielleicht verändert, aber lange Zeit wurden die Ressourcen zur Tilgung der Schulden verwendet. Denn die Staaten, von denen ich spreche, sind alle recht hoch verschuldet, selbst wenn es Initiativen gab, diese Schulden teilweise zu erlassen. Zwei Millionen Amerikaner sind von opiumhaltigen Arzneimitteln abhängig. Mehr als 30.000 sind in den letzten 15 Jahren an einer Überdosis gestorben. Diese Sucht ist die größte Todesursache der unter 50-Jährigen in den USA. 2015 veröffentlicht die Nationale Arzneimittelsicherheitsbehörde eine Studie, die die Schmerzmitteleinnahme in sieben europäischen Ländern vergleicht. Die Briten stehen auf Platz 1 mit täglich 188 Einheiten pro Tag auf 1000 Einwohner. Die Spanier folgen mit 151. Platz 3 belegt Frankreich mit 121 Einheiten täglich. Die Franzosen sind die größten Verbraucher von nicht-opiumhaltigen Medikamenten mit 68% der Tagesdosen von Paracetamol gegenüber 3% der Deutschen, die Ibuprofen vorziehen, mit 32% der Tagesdosierungen. Im Vereinigten Königreich beträgt der Verbrauch von Opiaten wie Codein oder Morphin die Hälfte der täglichen Dosen. Der Anteil von Entwicklungsländern am weltweiten Konsum von Morphium beträgt nur 6% eine schmerzliche Kluft. In Afrika, insbesondere in Schwarzafrika, sind große religiöse Bewegungen eine Gefahr, weil sie den Leuten etwas vormachen. Sie nutzen den Glauben der Bevölkerung aus. Manche dieser Bewegungen wollen ihren Anhängern weismachen, dass Schmerzen von einem Fluch verursacht werden. Von bösen Geistern, Dämonen, die einen angreifen. Die Antwort darauf heißt beten. Die Gläubigen, die unter Schmerzen leiden, sollen beten, sie sollen fasten, um die Schmerzen, die die Dämonen in ihren Körper schicken, zu bekämpfen. Die Hälfte der Lebertransplantationen in Großbritannien steht in Verbindung mit Paracetamol-Missbrauch. Und die USA und Kanada haben das Problem der Suchtkranken durch Opiate. Ich persönlich empfinde das nicht als Riesenproblem, aber natürlich wird über Prince berichtet, über Michael Jackson und so weiter. Der Kern der Debatte ist jedoch, dass Opiate ein Suchtproblem darstellen. Und das muss man in einen globalen, weltweiten Kontext stellen. In den letzten Jahren sind die Zahlen explosionsartig gestiegen, bis hin zu einer geringeren Lebenserwartung in den USA. Im Zusammenhang mit Missbrauch von Opiaten, aber auch, weil Ärzte zu schnell und zu viel opiumhaltige Medikamente verordnen. Gleichzeitig existiert das Phänomen, dass Arzneimittel zu anderen Zwecken eingenommen werden, als zu denen, für die sie verschrieben worden sind. Jetzt, wo wir wissen, wie die Lage ist, welche Lehren können wir daraus ziehen? Für Europa, aber auch für die anderen, vor allem für die USA. Ich kann nicht anstelle der US-Behörden antworten. Aber ich denke, es ist an der Zeit, sich für eine andere Sozialpolitik zu entscheiden. Die internationale Wirtschaftskonjunktur und das aktuelle internationale System fördern Ungleichheiten auf allen Ebenen. Und die Tendenz geht zu weiteren Benachteiligungen. Die Leute verlieren die Orientierung. Sie werden von der Finanzkrise vom Markt gedrängt. Der Arbeitslosenmarkt wird mit Millionen Menschen überschwemmt, die ihre Arbeit verlieren. Ganz zu schweigen von der Subprime-Krise in den USA. In diesem Zusammenhang kann man sich die Frage stellen, welche Verantwortung trägt die Gesellschaft? Seit Ende des Zweiten Weltkriegs geht es mit uns bergauf. Der Babyboom zählt zu dieser Zeit, die von einem kollektiven Optimismus und Enthusiasmus geprägt war. In den 60er, 70ern kam dann die Hippie-Bewegung. Dann, ab den 1980ern, entwickelte sich der Individualismus und heute sind wir auf dem totalen Ego-Trip. Auf unserer Suche nach Spaß, Freude und Glück hat der Schmerz natürlich keinen Platz. Er muss beseitigt werden und das hat zu einer gesetzlichen Regelung des Schmerzes geführt. Man darf keine Schmerzen mehr haben. Die Frage der Schmerzen ist eine Frage des Menschenrechts. Und diese Frage ist auch eng mit anderen Rechten verbunden. Wenn Schmerzen nicht erleichtert werden, wirkt sich das auf das Gesundheitswesen aus. Aber nicht nur, sondern auch auf das Recht auf Erziehung und Bildung. Wenn ein Kind an Schmerzen leidet, weil es an Anämie erkrankt ist, wie soll es da den Unterricht besuchen? Wenn wir nicht über einen gesetzlichen Rahmen verfügen oder über ein staatliches Programm zur Schmerzbekämpfung, das Ärzte und Krankenhäuser dazu verpflichtet, die Schmerzbehandlung in ihr Versorgungsprogramm aufzunehmen, dann führt das unweigerlich zu weiteren Ungleichheiten. Ich denke, eine gesetzliche Regelung geht zu weit. Schmerzen zählen zum Bereich der Emotionen. Vielleicht sollten auch Therapien gegen Depressionen, gegen Angstzustände, gegen Lebensangst als Menschenrechte aufgenommen werden. Zumindest die Versorgung von akuten Schmerzen. Es gibt noch Länder, in denen bei akuten Schmerzen Schmerzmittel einfach zu wenig eingesetzt werden. Aber das gesetzlich zu regeln, da bin ich ein bisschen skeptisch. Das Recht auf Schmerzerleichterung ist ein grundlegendes Recht für Menschen. Unabhängig von persönlichen Eigenschaften, unabhängig davon, wo die Person lebt, in welchem Land, welchen Beruf sie ausübt, unabhängig von Geschlecht und Alter. Zur Schmerzbehandlung zählt aber auch die Aufklärung der Patienten. Und im Mittelpunkt neuer Praktiken steht auch die sogenannte therapeutische Erziehung. Patienten, die an Diabetes leiden, an Bluthochdruck, Asthma, lernen mehr über ihre Krankheit, denn es gibt Patienten, die nicht wissen, wie sie ihre Emotionen erkennen und deuten sollen, die ihren Körper nicht kennen. Es ist kompliziert, seinen Körper richtig deuten, Emotionen und Schmerz entschlüsseln zu können. Bei Geburten unter Narkose, bei einer Periduralanästhesie, befindet sich die Mutter unter Narkose. Da wird es bald auch möglich sein, dass man das Baby betäuben kann, wenn festgestellt wird, dass es leidet. Bei Patienten, die im Sterben liegen, wird Morphium als Begleittherapie verwendet. Diese beiden Extreme in unserer Lebenszeit finden unter Betäubung statt. Wir erleben sie nicht, wir befinden uns nicht in der Realität. Ob in politischer, kultureller oder wirtschaftlicher Hinsicht, wird man sich Gedanken über eine korrekte Schmerzbehandlung in Krankenhäusern machen, wenn man nicht einmal Zugang zu einer stationären Behandlung hat? Aber auch und da gehe ich einen Schritt weiter. Machen sich unsere Gesellschaft, unsere globalisierte Welt, der Mensch oder die Menschheit Gedanken über das Leiden eines kleinen Mädchens, über die Schmerzen eines kleinen Mädchens in Maputo, in der Vorstadt von Maputo? Kann dieses kleine Mädchen darauf hoffen, dass ihre Schmerzen genauso erleichtert werden wie bei einem Mädchen, das in Frankreich geboren ist? 2058. Floristen verkaufen nur noch Blumen Samen. Blumen durch abschneiden, Schmerzen zuzufügen, ist gesetzlich verboten. Wir verabschieden uns. Ihren Trennungsschmerz können Sie mit einem Replay auf unserer Website behandeln. Wir verabschieden uns. 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 Wir verabschieden uns.